Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab Mai 2014 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf Stadtmitte. Das Objekt hat einen Personenaufzug. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 50 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 641 Euro pro Monat. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Das Objekt wird beantworten. Vielen Dank.